Bepflanzung mit Sommerflur Ab Mai, nach den Eisheiligen, darf endlich der Sommerflur gepflanzt werden. Neben den Klassikern wie Geranien und Petunien, erhält man heute im Gartencenter eine riesige Auswahl an Sommerflur für Balkonkästen und Gefäße. Befolgt man einige einfache Tipps, steht einer monatelangen Blütenpracht auf Balkon, Terrasse, am Fenster oder vor dem Hauseingang nichts mehr im Weg. Um einen guten Wasserabfluss zu gewährleisten, legen Sie zuerst eine Tonscherbe auf das Abflussloch. Verwenden Sie für die Bepflanzung eine spezielle Erde. Diese ist locker und verklumpt nicht. Füllen Sie die Erde bis unter den Rand auf. Pflanzen, welche einen starken Wuchscharakter aufweisen, setzen Sie in den hinteren Teil des Gefäßes, die kleineren und hängenden in den Vordergrund. Das Fachpersonal berät Sie gerne über die Eigenschaften der von Ihnen gewählten Pflanzen. Jede Pflanze benötigt ca. 4 Liter Erde. Diese Kombination aus Federbusch, Angelonie, Fethenne, Lobelie, Prachtwinde, Salbei und Leberbalsam besticht durch die lila Farbtöne. Eine Beigabe von Dünger fördert das Wachstum und die Blühfreudigkeit. Beachten Sie die Anleitung auf der Verpackung. Legen Sie nun einen Gießrand an, damit das Wasser und die frische Erde beim Gießen nicht überläuft. Gießen Sie die neue Bepflanzung gründlich. Diese orange Kombination besteht aus Mittagsblume, Zypresse, Prachtwinde, Säcke, Sonnenlieschen, Sonnenhut und Tagetes. Auch hier kommen die grossen Pflanzen in den hinteren Teil des Gefäßes. Nach dem Bepflanzen und Düngen wird noch kräftig gegossen. Auch bei grossen Gefässen wird zuerst eine Tonscherbe auf das Abflussloch gelegt. Hier ist zusätzlich eine Drainage-Schicht aus Blähtonkugeln nötig. So verhindern Sie Staunässe. Legen Sie ein passendes Vlies über die Schicht mit den Blähtonkugeln. Nun wird das Gefäß mit Kübelpflanzenerde aufgefüllt. Zuerst kommen die grossen Pflanzen in den Topf. Reissen Sie den Wurzelballen auf. Füllen Sie das Gefäß mit Erde. Wer es die ganze Saison blühend mag, unterpflanzt eine mehrjährige Kübelpflanze einfach mit Sommerflur. Dieser kann jedes Jahr ganz nach Vorliebe wieder gewechselt werden. Für eine ausreichende Versorgung der Pflanzen verwenden Sie einen Langzeitdünger. Abschliessend wird reichlich gegossen. Ameisen im Garten sind zwar nützliche kleine Helfer, auf dem Sitzplatz oder Balkon und Terrasse, doch manchmal etwas störend. Falls Sie Überhand nehmen, ist hier eine Bekämpfung möglich. Diese kann entweder mit einem Streumittel oder dem speziellen Ameisenbuffet erfolgen. Unser Tipp Wässern Sie die ersten drei Wochen nach der Pflanzung nur sparsam.